Heyo, mein Name ist Separate, wir sind hier HipHop.de mäßig in Wesseling unterwegs, Plastik Mekka, ihr wisst Bescheid, wir machen hier ein bisschen Besieg den Beat, DLG, Separate, Toxic, ihr wisst, wir hören uns jetzt mal die ersten drei Dinge an und Nummer eins kommt von Chilzo Beats und wo ist die Playtaste? Hier ist die Playtaste. Chilzo, Chenzo, hab ich schon mal gehört glaube ich. Ich glaube der hat mir schon mal ein paar Sachen geschickt, C-E-N-Z-O, okay der ist schon mal nice, eigentlich können wir direkt den nächsten hören, dann der nächste ist von Rikorami, Ramin, von Rikorami, aus, der ist auch nice. Das ist eigentlich so genau mein Style. Ja, sehr geil, da weiß ich ja jetzt gar nicht für was ich mich entscheiden soll. Schauen wir mal den nächsten. Der ist von Liri. Ja, der ist cool, kann ich nochmal die ersten zwei hören kurz? Ja, der gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut, aber ich glaube wir nehmen jetzt mal die Nummer eins von C-E-N-Z-O und ... C-E-N-Z-O, Beats, Baby. Eyo, Separate, Buckwheats, DLG, Cool Cologne, Dortmund, Wessling, Plastik, Mecca, Kevin Eleven, Monroe in Hamburg, Hiphop.de, Baby. Und es gibt ein paar Rapper draußen, die wollen mir ans Bein pissen, die machen Waldfreischwimmer unter arktischen Eisschichten. Mit Bleifüßen, Cannabis, Einflüsse, wenn ich wieder Amsterdam-Style schiebe. Aber Bruder, gibt es noch dreister, wenn ich rapp, wird ein Stock steifer, Gottsschleimer noch gleich zum Rockwilder. Das, was du machst, ist kein Hiphop, dieser MC ist so schwul wie sein Liedstrich mit Lipgloss und G-Strings. Ich rapp auf'n Beat bis ganz Deutschland kapiert, ich bring euch durch die Krise, siehe Euphrat und Tigris. Die Plage, die dieser MC bringt, ist biblisch. Ich rauch noch ins Bliff und bin breit, wie's der Nil ist. Du hängst ab im Rotlicht, Milieu über 40, noch an der Nadel, Hautfarbe wie ein Pfirsich. Hast du den Traum deines Lebens verwirklicht? Deutscher Rap trägt enge Jeans und schiebt Krise, doch ich bring die roten Zahlen jetzt aus dem Miesen. Ihr Idioten könnt sagen, was ihr wollt, ich release es, denn El Mariachi macht Geld über Buckwheats. Klare Aussagen, so wie Schnelltests für Junkies. Und es wird Zeit, dass du mich respektierst, so wie der Rest von hier, Ali und Gala, Rest in Peace. Yeah, Buckwheats, Baby, DLG, Hiphop.de, Mosaik. Mit Toxic hier, Plastik, Mäcker, Wessling, Bruh.